Mein Name ist Martin Schäfer und ich komme aus Weißenfels und mache jetzt mein Praktikum in Norden, in Bergen, von dem Schuljahr 2017 bis 2018. Ich heiße Tobias Hövener, ich bin 19 Jahre alt und wir haben in der Zeit, wo wir hier sind, schon einiges erlebt. Ich heiße Tobias Hövener, ich bin 19 Jahre alt und wir haben in der Zeit, wo wir hier sind, Ich heiße Tobias Hövener, ich bin 19 Jahre alt und wir haben in der Zeit, wo wir hier sind, wir haben in der Zeit, wo wir hier sind, wo wir hier sind, wo wir hier sind, wo wir hier sind, Haben wir euer Interesse und Neugier geweckt? Ja, dann freuen wir uns auf eure Bewerbung.